Hallo ihr Partner, Alex hier. Ich wollte nur Bescheid sagen, gleich um 19 Uhr geht's los. Ich streame los, und zwar Online Alex Ventures. Läuft jeden Mittwoch um 19 Uhr, von daher würde ich mich freuen, wenn du gleich dabei bist. Also, heute spielen wir übrigens Counter-Strike Road, Offensive vor allem und vielleicht auch ein bisschen Battlefield 3. Sehr wahrscheinlich sogar. Von daher, ich freue mich auf euch, Daniel ist auf jeden Fall auch dabei und vielleicht später noch Stefan. Und möglicherweise zocke ich auch ein bisschen mit euch. Mal sehen. Von daher, bis gleich.